Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Ich find's, euer Sly und wir sind im Innos. Einen guten Abelwein Simulator. Nein, ich brauch einen Schlüssel für den Schlüssel. Will da rein, verdammt. Oh. Oh, oh. Au. Irgendwie will ich da unten noch nicht hin. Aber noch eine Hacke. Oh, komm, ey, was brauch ich denn alles? Ja, nee, ist klar. Okay, der Schwade brichtst du mich erst mal. Okay, darf ich überfahren? Ich hab keine Ahnung, wie das passiert ist. Ist das hier eine Kneipe? Was passiert hier gerade? Ach so schön. Okay, der Zeichenstil ist eigensinnig, aber cool. Aber das Geflippe und Gesnippe gerade mit hin und her Geflippe ist Geschmacksache. Okay, da oben ist irgendein Zimmer, in dem ich nicht hinkomme. Ich bin ein alter Mann. Und glück bin ich ein alter Mann. Es gibt mich gar nichts mehr an. So. Aufheben. Was hab ich jetzt gemacht? Hab ich was angezogen? Was ist denn eine Mütze? Ich war falsch. Es ist eine Geschichte über Schmerz. Lass mich dir sagen. Wieder. Wieder? Achtung. Diese Lande waren tot, verletzten und verletzten. All you could hear was the whisper of the ashes. Then a stranger came. He held a spark in his hand. The stranger opened his hand, and the spark was set free. Light returned. Yet pain was the price for this light. Screaming filled the air. Time passed. The screaming grew silent. Pain became a familiar friend. Some disappeared from the lands. No one knew whether they had crept away or been taken by pain. Yet many also remained. Castles, which once rose into the skies, fell into ruins. Time wiped clean any trace. Centuries passed. The people started calling the stranger the keeper of the spark. He kept watch over the land, soaking up the pain of its people. Oh my God, das ist die Mama und ich habe sie gestreichelt mit den Babykatzen. Das war wirklich niedlich. Warte. Ja, natürlich habe ich gerade noch nicht gesprochen, weil ich die Story da ein bisschen erzählen lassen wollte. Ich habe bisher null Ahnung von dem, was ich hier tue. Aber es ist, es wirkt wirklich cool. Jetzt sind wir mal, weißt du, es ist auch irgendwie traurig, wenn du so der alte Mann, der im obersten Stockwerk lebt, wisst ihr? Ich habe eine Gänsehaut, da kann ich noch nicht mal sagen, warum. Hä? Ist das eine Erinnerung? Habe ich das? Oh, das ist eine Erinnerung. Ich habe eine Erinnerung. Blatt. Oh, da bin ich auch nach links gekommen mit. Ah, alles klar. Okay, dieser Schleim hat mich nun wirklich nicht lieb. Da ist eine Ballister. Irgendwas sagt mir, ich sollte vielleicht die Ballister benutzen. Irgendwas sagt mir, dass sie nicht kaputt ist. Ich sterbe schon mal nicht, wenn ich dran laufe. Okay, 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 okay. Dann muss ich ja jetzt hier hoch. Wird das? Wird das? ganz, ganz, ganz leise? Oh, ist das ein Secret-Geräusch? Oh, die machen Geräusch, wenn sie in der Nähe sind. Doch, nein. Nimm die Hacke. Hätte ich gerne. Gibt es hier aber nicht. Okay, das wird den Chat erfreuen. Ich werde hier unter Umständen ein bisschen sterben. Wo muss dieser Wasser? Ist es kaputt? Du brauchst einen Griff. Ich muss wirklich hier raus. Ist die Katze? Secret? Secret? ich kann aber schon mal nicht anbrennen ich will hier raus es leuchtet nichts mehr warum hat das hier noch geleuchtet nein oh fuck da war was ich kann hier einfach also der vorteil das konto ja ich muss das hier herunterschieben okay das war das ich will das haben mal schön düster da kommt die hake gesehen wie weit ich gesprungen bin gerade so weit springen egal ich habe die hake ich kann das hier aufrei machen schön benutzt ich sehe das hier gerade ich musste wissen was es ist was soll schon schlimmes passieren ich war unter umständen zu schwer dafür okay wir zerstören das jetzt aber was hat mir das zerstören jetzt gebracht das ist aber ein schlüssel den wir nicht haben was ist denn ein gut ich werde vielleicht doch ein bisschen sterben bei dem spiel ja klar, voll damage gibt es nicht oh jetzt kann ich den neu stützen vielleicht wir sehen uns in der nächsten folge wieder, wenn das gleich noch ein bisschen rumrätselt ich klicke das hier schon raus, machts gut, bis morgen euer Sly